Die App-Affen, der Technik-Podcast von und mit René und Sascha. Willkommen und viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen zu unserem ersten App-Affen-Podcast mit René und Sascha. Das klingt gut. Hallo. Hallo Sascha. Hallo René. Ja, was soll ich sagen? Ich denke mal die ganze Vorstellungskacke und so weiter, die machen wir irgendwann mal später hinten dran. Für unsere zwei Zuhörer oder so. Das Ganze machen wir zum Spaß. Also nicht aus finanziellem Interesse oder so. Ich denke mal, das wird auch nicht professionell, soll es auch nicht werden. Es ist Spaß in der Freizeit. Oder Sascha? Korrekt. Du bist ganz schön kurz angebunden. Ich hoffe mal, das bessert sich in den nächsten Folgen. Da war ich sowas von. Das ist sehr gut. Worüber wollte man eigentlich heute reden? Also priorisiert bei mir natürlich Amazon Echo. Im Moment. Das stimmt, davon habe ich auch ein paar rumkullern. Das wird interessant. Das denke ich auch. Und ansonsten denke ich mal, wird das hauptsächlich heute so ein gemeines Blabla. Und wenn wir Glück haben, bekommen wir vielleicht ein paar Zuschauerzuschriften, würde ich jetzt sagen. Hörerzuschriften. Mit ein paar Fragen oder so, womit wir uns dann das nächste Mal widmen können. Ich habe da auch schon mal was vorbereitet, weil du gesagt hättest, Alexa. Gut, meine Alexa ist lautlos. Die labert nicht los. Du hast gesagt, da gibt es von Amazon extra irgendwas mit Musik, was günstiger ist für ein Echo. Korrekt. Also es gibt von Amazon das Music Unlimited. extra für den Echo, was dann monatlich allerdings nur auf ein Echo begrenzt 3,99 kostet. Funktioniert aber wie gesagt nur auf einen, nicht auf mehreren. Wenn man halt gefühlt sechs Stück hat wie du, ist es natürlich schwierig. Dann müsste man für die sechs Stück auch jeweils ein Abo abschließen, was dann schon wieder sinnfrei ist. Aber wenn man nur einen nutzt, wie ich zum Beispiel, dann ist das Angebot doch, finde ich, sehr günstig. Kann man das in Einstellung von Gerät zu Gerät vielleicht verschieben? Nein. Problematik ist, denke ich, da dran, weil du buchst das auch direkt über deinen Echo. Du sagst dann einfach extra starte Amazon Music Unlimited. Und dann bucht er das automatisch für diesen Echo. Also ich denke, die sind dann miteinander verknüpft und du kannst es dann nicht verschieben. Achso, das sei das anhand von der, was weiß ich, Seriennummer oder so festmacht. Denke ich, wie gesagt. Können wir ja gern irgendwann bei dir testen. Das wäre eine gute Idee. So, jetzt habe ich ja auch schon unsere erste Karl-Rekorder-Warning. Was sagt er denn hier? Achso, okay, gut. Wir können weitermachen. Okay, das ist schon mal gut. Ich hoffe mal, wir haben nicht allzu viele Pannen hier gleich beim ersten Mal, aber man muss das Ganze ja erst mal testen. Wenn, dann ist übrigens René schuld, nicht ich. Also bitte dann auf René den Shitstorm und nicht auf Sascha. Okay, dann werden wir das in der zweiten Folge ändern. Ist jeder mal dran. Korrekt. So, Amazon Music Unlimited haben wir jetzt abgehakt. Ach, das ging schnell? Ja, ich denke mal, das kann sich ja jeder belesen. Einfach auf Amazon Music Unlimited eingeben und da sind eigentlich alle Infos zu finden. Das Einzige, was mir da noch fehlt, das Ding läuft ja noch mit Tuning-Radio, okay, mit Spotify. Was gab es denn da noch? Also das, was ich eigentlich brauche, das Apple Music, damit funktioniert das Ding natürlich nicht. Noch nicht, vielleicht kommt es ja noch. Als Skill. Warum er das Skill genannt hat, ich weiß es nicht. Aber meinst du Amazon und Apple an einem Strang? Vielleicht, wenn wir Glück haben. Die haben doch schon den Apple TV aus dem Shop geworfen. Das macht nichts, vielleicht besinnen sie sich irgendwann. Schön wär's. Wobei ich da ja am überlegen bin, ob ich mir mal so ein Sonos-Gerät zulege. Die sollen ja inzwischen auch mit diesen Echo da zusammenarbeiten. Und auf Sonos läuft ja auch Apple Music. Vielleicht kann man das dann da so irgendwie zusammenwurschteln. Ich könnte jetzt wieder sagen, da bin ich komplett raus. Ich hoffe mal, das sagst du nicht so oft. Nein, gut, so. Ja, wenn ihr Fragen zu Alexa habt oder den Dot oder wie heißt denn das andere Teil eigentlich? Wie das andere Teil. Na, es gibt doch diesen, 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 diesen Dot, der da hier neben mir steht. Und im Wohnzimmer habe ich doch das große Teil, was du auch hast. Es gibt den Echo und es gibt den Echo Dot. Ah, gut. Also der Echo ist der große und der Dot ist der kleine. Korrekt. Okay. Hätten sie auch Puck nennen können, das Teil. Gut. Hätten sie. Hätten sie. Ja, was ich sagen wollte, falls ihr dazu noch Fragen habt, immer her mit den E-Mails. Wir werden das Ganze auch nochmal irgendwo einblenden und so weiter. Ansonsten E-Mail-Adresse ganz einfach, info at appaffen.de. Guck mal, ganz wichtige Info noch zum, zum Echo. Ihr könnt ihn auch, wenn ihr wollt, Alexander nennen, haben wir rausgefunden. Darauf reagiert sie auch. Das stimmt. Abgesehen davon reagiert das Ding auch offiziell auf Computer. Auf was noch, Sacha? Hast du das zufällig im Kopf? Wir sind hier super vorbereitet. Ich kann gerne nachschauen. In der tollen Alexa-App natürlich. Die habe ich auch gerade in der Hand. Die App hast du in der Hand? Wie funktioniert denn das? Das ist das neue iPhone. Das ist in der Handfläche. Projiziert das, weißt du? Hm. Hm. Das ist iPhone 10. Habe ich ja schon vor für Gerät. Na dann. So, warte mal. Ich habe da hier so viele. Gucken wir mal bei dem einen hier. So, die möglichen Wörter sind Computer, Echo, Amazon oder Alexa. Oder Alexander. Oder Alexander natürlich. Sehr gut. Was kann ich mit dem Teil noch machen, außer Musik hören? Außer Musik hören. Das ist eine gute Frage. Ist natürlich sehr umfangreich. Also, du kannst natürlich Smart Home. Kannst du natürlich sehr viel mit ihr verwenden. Ähm, ja, Heizungssteuerung, Lichtsteuern, etc. PP. Aber da hast du doch eigentlich mehr dazu zu sagen wie ich. Denn du hast doch schon gefühlt alles. Das weiß ich. Ich hatte jetzt hier nur keine Lust. Wir haben ja schon eine Stunde gelabert, bevor wir hier mit Aufnehmen angefangen haben. Ja. Das stimmt. Nein, also ich versuche mit der Alexa oder den Echo meine Heizung und mein Licht zu steuern. Vorerst. Aber ich finde, das Ganze steckt noch tierisch in den Kinderschuhen. Weil man muss ja diese einzelnen Skills dazu runterladen. Das heißt, ich habe jetzt den Skill installiert für die Tado, Heizungssteuerung. Und für Philips Hu, was die Lichtsteuerung betrifft. Aha, so. Jetzt bringt natürlich Alexa das alles total durcheinander. Also, wenn ich jetzt in einem Raum, wie, sagen wir mal, im Schlafzimmer eine Heizung habe und eine Lampe. Und ich sage jetzt Alexa, drehe die Heizung auf 25 Grad. Dann sagt Alexa, die Lampe kann ich nicht auf 25 Grad drehen. Geht nicht. Also, du musst ja echt verschiedene Räume, also ich muss praktisch das Schlafzimmer zweimal anlegen. Einmal nenne ich es Schlafzimmer und einmal nenne ich es, was weiß ich, Büro, Arbeitsraum, keine Ahnung. Und tue halt die Heizung in den Arbeitsraum und das Licht ins Schlafzimmer. Du musst dann eben sagen, stelle die Heizung im Arbeitsraum auf 25 Grad und schalte das Licht im Schlafzimmer ein oder aus. Okay. Sobald beide Geräte in einen Raum da zusammenfließen, kommt das Ding total durcheinander. Also, könnte mir das auch bei meinem Osram-Produkt, was du mir ja empfohlen hast, passieren, dass ich auch zwei Räume benennen muss, sozusagen, um in einem Raum das Licht zu steuern? Wenn du noch eine Heizungssteuerung dazu hast, ja. Ja, geht es dann nur um die Heizungssteuerung oder ist das bei der Lichtsteuerung dann völlig egal? Da ist es völlig egal. Also, ich habe im Wohnzimmer mehrere Lampen. Nehmen wir an, Stehlampe und Deckenlampe. Und da hat Alexa überhaupt kein Problem damit, wenn ich jetzt sage, dimme die Stehlampe auf 50 Prozent und schalte die Deckenleuchte aus. Das kriegt die wunderbar hin. Was sie eben nicht versteht, das ist, wenn ich dann zu ihr sage, stelle die Heizung auf 23 Grad. Dann sagt die, Moment mal, das Licht kann ich nicht auf eine Temperatur einstellen. Ja gut, was ja eigentlich logisch ist. Ja, aber ich meine, sie unterscheidet halt nicht dann zwischen Heizung und Licht. Das kriegt die nicht hin. Noch steckt sie ja sozusagen in den Kinder schon. Das wird, glaube ich, weiterentwickelt und das wird schon noch ein gutes Gerät werden. Oder es ist ja schon ein gutes Gerät. Also, ich bin begeistert. Ich kann es nur empfehlen. Ich bin auch total begeistert. Ich habe ja das Ding sogar im Bad stehen oder sowas. Ja, und wenn du da eben früh am Spiegel stehst und versuchst dir da den Schlaf aus dem Gesicht zu kriegen, dann lässt du dir nebenbei das Wetter erzählen und hörst ein bisschen Musik oder so. Da musst du aber verdammt lange Musik hören, oder? Da kommst du auch noch hin. Was glaubst du, wie lange die Nachrichten schon sind, die man immer vorliest? Ja, das glaube ich, das glaube ich. Ist jetzt übrigens ein Skill von Heize dazugekommen? Ja, aber noch finde ich Tagesschau am besten. Ja, da kommt ja nichts, was mich interessiert. Ja, ich hatte es auch mal von NTV-Dienst, hatte ich auch mal getestet. Ja, aber da liest Alexa doch ein bisschen stupide vor. Also, das mag ich dann nicht so unbedingt. Da nervt sie mich meistens. Stimmt, bei Tagesschau, da hörst du direkt den Tagesschau-Sprecher, gell? Genau, genau. Deswegen ziehe ich da Tagesschau doch eher noch vor. Ja, ich bin mal gespannt, was da noch alles kommt. Stimmt mal einiges. Ja, es gibt ja sogar Leute, die ihren Fernseher da mitschalten. Gut, habe ich auch irgendwann mal vor. Wo sich mir der Sinn nicht erschließt. Bei deinem Fernseher, weil du den sowieso bei der Sprache steuern kannst. Richtig. Ja. Deswegen ist das, was jetzt für mich nicht elementär wichtig ist bei dir. Kannst du bei deinem Fernseher einfach so loslabern, oder musst du eine Taste auf der Fernbedienung drücken? Ich muss eine Taste drücken, was mir auch ganz richtig ist. Tata, siehste. Tata. Tata. Und wenn du die Fernbedienung nicht findest? Ich finde die Fernbedienung immer. Die steckt bei dir nicht in irgendwelchen Sofaschlitzen? Nein. Okay. Wenn dann im Ritzen übrigens, nicht im Schlitzen. Ist das jetzt ein Schlitz oder ein Ritz? Ein Ritz? Echt? Na ja, klar. Ich frage nachher Google. Genau, frag Google. Warte mal. Wir könnten auch... Alexa. Heißt das Sofa Ritz oder Schlitz? Außer, dass das jetzt keiner gehört hat, was geantwortet hat. Ist wahrscheinlich auch besser so. Was mir noch wichtig wäre. Der Klang von den beiden Geräten. Stimmt. Du hast ja nur die Große, gell? Ich habe nur die Große, ja. Nur die Große. Die hatte ich mir ja auch zuallererst zugelegt. Weil ich gedacht habe, Mensch, das Ding soll schon gut klingen. So, jetzt habe ich mir noch zwei von diesen Dots zugelegt. Und ich muss sagen, so riesig ist der Unterschied nicht. Also, sag ich mal so, wenn ich jetzt laut Mucke hören will oder sowas, dann klingt der Große natürlich schon besser. Aber um ein bisschen Hintergrundberieselung zu machen, finde ich, ist der Große, die 120 Euro sind es mehr, gell? Nicht wert. Ich habe gerade den Preis nicht im Kopf von dem Kleinen. Also der Große kostet auf jeden Fall 179 aktuell. Der Kleine kostet 56 Euro oder so. Warte, ich gucke. Wir haben doch alles hier. Wir haben Internet. Wir haben Internet, wie unsere Kanzlerin sagt. Wir haben Internet. So, der Große 179. Der Kleine 59, 99, so rum. 59, ja. Ja, 120 Euro Unterschied, gell? Ja. Ja, dann hole ich mir lieber einen Kleinen und hole mir einen vernünftigen Bluetooth-Lautsprecher dazu. Ja, aber dann hast du wieder zwei Geräte. So sehe ich es. Das ist halt dann nicht so meins. Also zwei Geräte müssen es noch nicht sein. Stimmt, aber wenn ich jetzt meine Bose Soundlink Mini, die letztlich bei so einem großen Laden mit roter Werbung im Angebot war für 150 Euro, und das Teil mit dem Klang von dem Echo vergleiche, dann klingt das bloß. Bose-Teil natürlich 10.000 Mal besser. Wenn ich überlege, ich nehme mir so einen kleinen und koppel den mit der Bose, da habe ich richtig guten Klang. Ja, geht ja, wie er es wünscht. Sagen wir es mal so. Ja, das stimmt. Da werde ich übrigens demnächst auch, ich habe vor mir so ein bisschen was von Sonos zuzulegen. Und ich habe jetzt auch gelesen, die wollen jetzt auch mit Alexa, also nicht mit Alexa, mit den Echo Dot zusammenarbeiten. Wollen die zusammen funktionieren. Was dann natürlich interessant wird. Wie gesagt, muss man sehen, wenn es so weit ist. Kannst du ja testen und kannst demnächst dann berichten. Wann wollen wir eigentlich den nächsten machen? Was wollen wir für einen Abstand machen? Wollen wir das jetzt live besprechen? Ja, ja, klar, wir besprechen das jetzt hier. Alle zwei Wochen. Alle zwei Wochen. Genau. Da müssen wir das zusagen. Da dürfen wir uns echt dann zwei Wochen lang nicht mehr sehen. Wir bequatschen den ganzen Scheiß immer privat und dann wissen wir nicht, was wir hier erzählen sollen. Das stimmt. Also dürfen wir uns zwei Wochen nicht sehen. Okay, ich habe es verstanden. Und damit wir uns das Fachsimpel dann immer für den Podcast aufheben. Genau, genau. Und ich habe gerade gemerkt, ich muss mir angewöhnen, dieses Sch-Wort nicht mehr so oft zu nutzen. Nein. Ja, vielleicht haben wir auch mal jüngere Zuhörer. Äh, und? Meins Scheiß darf man sagen, ja. Klar. Gut. Wir können ja auch ein bisschen im Jung-Slang reden. Wir können ja auch Brudi sagen und so, damit es mal junge Zuhörer bekommt. Das stimmt, aber ich glaube, unseren Zuhörern wird unser Thüringer Dialekt schon reichen. Deiner. Meiner, okay. Ich stehe dazu. Mit Recht. So, kommen wir zurück zum Thema. Hatten wir eins, ja. Wir waren eben noch beim Echo. Das stimmt. Und waren bei der Hausautomation. Hausautomation, genau. Bei dieser war man. Leute, wundert euch nicht, dass alles ein bisschen holfrig ist. Das ist das erste Mal. Es wird alles besser. Ich kränke noch etwas und es ist alles etwas improvisiert. Aber die nächsten werden, glaube ich, etwas professioneller. Genau. Beim nächsten klingt dann sicherlich mal so verrucht. Genau. Da ist das vorbei mit der Männergrippe. Dass du überhaupt noch reden kannst, Alter. Ja, ich bin auch kurz davor, aber für unsere Zuhörer mache ich das natürlich und habe mir heute die Zeit genommen und meine letzte Energie und werde das schon durchstehen. Ja, ich bin gespannt. Morgen liegt es dir flach. Das könnte sein. Ja. Was habe ich denn hier noch? Weißt du, ich habe mich ja vorbereitet. Ich habe da mal was vorbereitet. Ja. So. Wollen wir einen Schlussstrich unter Echo ziehen? Alexa, Amazon. Ich würde sagen, ja, reicht ja erst mal. Also ich würde das Thema auch nicht so weit ausdehnen. Du hast ja auch gesagt, wenn Fragen sind, einfach fragen. Wir testen es gerne und geben es dann beim nächsten Mal wieder zum Besten. So ist das. So. Ich habe hier noch einen Stichpunkt. Der nennt sich Wire. Weißt du, warum ich das heute einspreche? Nein. Aha. Ich habe heute gelesen. Ich lese ziemlich viel, fällt mir gerade auf. Dass WhatsApp wahrscheinlich doch jetzt so langsam anfängt und die wollen diese, wie viel waren es, was sie für das Ding bezahlt haben für WhatsApp, Facebook? 19 Millionen, 19 Milliarden? Wirklich, ja. Irgendwie sowas. Eine Stange Kohle. Die wollen die ja irgendwie wieder reinkriegen. Und die testen jetzt Werbung. Ja. Und das ist für mich ein Grund, wenn ich irgendwann auf WhatsApp Werbung kriege, dann fliegt das Ding aber sowas von. Mhm. Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Und wir haben bei uns in der Firma lange nach einer Möglichkeit gesucht für die interne Kommunikation, um das E-Mail-Aufkommen ein bisschen gering zu halten. Aha. Und am Ende bin ich auf den Wire Messenger gestoßen. Ja. Den gibt es für Android, iOS, Mac und Windows. Ja. In der gleichen Zeit. Das ist jetzt nicht wie bei WhatsApp oder so, wo ich dann so ein Barcode abscannen muss und das Handy muss auch online sein, damit ich das Ding am Laptop nutzen kann. Sondern das Handy kann auch aus sein. Also egal, wo man gerade dran sitzt. Man kriegt seine Nachrichten und kann auch schreiben. Das Ganze ist auch verschlüsselt. Ja. Das Ganze ist oben Source. Ja. Dadurch auch, ja. Fällt es halt auf, wenn die da in dem Source-Code irgendwelchen Mist hätten. Ja. Von daher finde ich das Ding schon mal gar nicht so schlecht. Und wir nutzen das ja auch, sag ich ja, gell? Seit neuestem. Korrekt. Es gibt aber ein großes Problem, was ich unbedingt ansprechen muss. Wenn ihr das gute Teil, sag ich jetzt mal, auf allen euren Geräten installiert habt und ihr habt zufällig ein iPhone mit darunter und ihr werdet angerufen über Viya, weil was Viya ja auch unterstützt, dann wird euer iPhone nicht mehr aufhören zu klingeln. Haha. Das ist im Moment noch der große Nachteil. Falls du das vorher mitgekriegt hast, wir hatten doch über Viya telefoniert. Aber ich habe mein iPhone aus. Ah ja. Pass auf. Wir führen das jetzt so live vor, weil ich glaube, das funktioniert inzwischen. Es gab nämlich ein Update für iOS. Ruf mich doch mal bitte auf Viya an. Warte mal, ich mache Viya noch am Desktop an. Na, am Desktop würde ich das, glaube ich, nicht anmachen. Ich weiß nicht, ob das gut ist für unsere Aufnahme. Ich habe es schon an. Zu spät. Ich nehme es ja nicht an. Ich nehme es am... Doch. Ich nehme es jetzt an. Wir probieren das. Ruf mich doch mal an. Ja, ich rufe dich an. So. Ich rufe. So, es klingelt jetzt an meinem Handy und bei mir am Rechner. Aha. So, jetzt gehe ich hier am Rechner auf annehmen. Und sie haben es nicht behoben. Mein Handy klingelt weiter. So, ich habe ihn da aufgelegt. Okay, perfekt. So, mein Handy klingelt immer noch übrigens. Falls das hier jemand hört. Nein, hört man nur ganz dezent. Das ist ja auf Vibrationen eingestellt. Das ist ja auf annehmen und lege wieder auf. So. Gut. Okay. Dann ist das immer noch nicht behoben. Man könnte ja den Machern mal eine E-Mail schicken. Das könnte man tun. Das ist richtig. Aha. Aber wie gesagt, ansonsten teste das Ding einfach mal aus. Ich finde es wirklich nicht schlecht. Wie finanzieren die sich? Das Ding ist ja kostenlos. Ja. Und. War das? Achso. Ja. Du hast jetzt gedacht, ich frage dich. Ich wusste, dass du sowieso keine Antwort hast. Deswegen rede ich weiter. Ja, rede weiter. So wie ich jetzt mitgekriegt habe, basteln die natürlich an einer Business-Version. Die dann speziell für Firmen und so weiter ist. Und diese soll dann kostenpflichtig sein. Ja. Und für private Zwecke das ganze weiter kostenfrei bleiben. Wäre eine Möglichkeit. Wäre eine Möglichkeit. Ich sehe es auch so, also wenn mehrere aus meinem Bekanntenkreis jetzt auf Wire umsteigen würden, wäre ich auch komplett weg von WhatsApp. Ja. Definitiv. Definitiv. Ich meine, im Moment findest du keinen, der sagt, ich löschere WhatsApp. Nö. Findest du keinen. Kannst du vergessen. Da will keiner umsteigen. Aber ich denke mal, wenn WhatsApp da, oder Facebook gehört ja nun mal jetzt zu Facebook. Wenn die jetzt anfangen, dir da Werbung in WhatsApp einzublenden. Mitten in dein Gesprächsverlauf. Am besten noch, du schreibst dir mit jemandem über irgendwas und dann kriegst du genau über das Thema Werbung. Das wäre natürlich noch schlimmer. Definitiv. Und dann ist das weg. Ich meine, gut, die zweite Frage ist, theoretisch können sie es nicht. Weil es ist ja verschlüsselt. Woher sollen sie wissen, worüber du schreibst? Ja, zumindest sagen sie es verschlüsselt. Ja. Also wirst du vielleicht irgendwelch. Wobei, vielleicht machen sie es ja auch nicht so, dass du Werbung eingeblendet kriegst, sondern es ist einfach so, was weiß ich, wenn du jetzt Kunde beim Milchbauer Meier bist. Und der Milchbauer Meier hat nun ein paar Daten von dir und dann weiß der auch, dass du bei WhatsApp bist und dann kriegst du halt von deinem Milchbauer Meier den aktuellen Newsletter per WhatsApp als Werbung und der zahlt das an Facebook. Kann natürlich auch sein, dass sie das so rum einbauen. Ja, aber ob man das will, weiß ich jetzt auch nicht. Das sehe ich zumindest so. Es bleibt offen. Ich meine, wenn alle Meld auf Apple umsteigen würden, da hätten wir iMessage und gut wären. Das wird nicht geschehen. Ich befürchte es. Auch wenn du alle versuchst zu bekehren, René. Du wirst dich alle erwischen. Mein Chef hat mich heute gefragt, ob ich Provisionen von denen kriege. Das habe ich dich auch schon öfter gefragt. Ja, ich habe ihm gesagt, wenn das so wäre, würde ich nicht mehr hier sitzen. Das ist allerdings auch richtig. So, hast du noch irgendwas zum Weyer zu sagen? Nö. Doch, ich fällt mir gerade ein. Die Gesprächsqualität, die Sprachqualität. Ja. Wahnsinn, oder? Die ist, ja, dreimal so gut wie bei Skype, würde ich sagen. Ähm, ich denke auch fast, der nächste Podcast wird dann auch mit Weyer aufgenommen und nicht mit Skype. Dann müssen wir noch gucken, wie wir das zusammenbasteln. Das kriegt man schon hin. Ja. So, was haben wir als nächstes? Ich habe da was vorbereitet. Gerade heute. Und zwar, du wirst es kaum... Wie lange gibt es Android Nougat? Du fragst mich Sachen. Äh... Irgendwann in den letzten Jahres, oder? Ja, oder so. Ja, irgendwas so. Samsung hat es endlich geschafft und fängt heute mit dem Rollout fürs Galaxy S6 und S6 Edge an. Wahnsinn. Wahnsinn, oder? Deswegen habe ich kein Samsung mehr. Ist doch... Hammer. Ja. Ah, dann kaufst du dir ein Gerät. Was kosten die Dinger bei Einführung? 700 Euro? Circa, ja. Circa, ja, gell? Und wartest ein halbes Jahr auf ein Systemupdate. Ja. Oh, und nicht, ne? Auch wenn es läuft. Never change a running system. Ja, laufen und laufen sind immer zwei verschiedene Sachen, gell? Ja, du darfst jetzt nicht jedes Gerät mit einem Apple vergleichen. Doch. Okay. Mach ich. So. Hast du irgendwas vorbereitet? Ich will dir ja nicht die ganzen Themen wegnehmen. Ich habe natürlich gar nichts vorbereitet, denn ich bin hier extrem spontan rangegangen. Ja, da ist ja für heute eigentlich nicht geplant worden, den Podcast aufzuzeichnen. Das stimmt, das stimmt. Eigentlich, wollen wir ja auch mal sagen, war geplant, dass wir auch zu dritt sind. Ja. Ja. Daniel wollte da noch mitmachen. Wir werden mal schauen, dass wir den irgendwann mal so als Gastredner oder so rankriegen. Er kriegt es halt zeitlich, beruflich nicht hin. Ja, und wenn wir das noch weiter verschieben müssen, ständig haben wir gesagt, okay, wir ziehen das zu zweit durch und ihr müsst mit uns zurechtkommen. Ihr müsst, wie gesagt. Ihr müsst, ja klar. Das ist doch nicht jedem freigestellt hier, ob er uns hört oder nicht. Korrekt. Einmal angefangen, kommt er nicht mehr von los. Genau. So. Was wir auf jeden Fall noch besprechen wollten, unsere Apps, die wir täglich nutzen auf den jeweiligen Plattformen, sagen wir es mal so. Das stimmt, unsere Daily Driver. Boah, ist das gut ausgedrückt. Zurück, das hört sich ja richtig professionell an. Das sag ich dir, ich habe zwei Wochen dran gesessen. Willst du was oder soll ich? Wie viel? Wir wollen ja nicht alle gleich vorstellen. Wir brauchen ja noch Themen für die nächste Sendung in 14 Tagen, falls sich da in der Branche nichts tut. Wollte ich sagen, zwei Stück jeder? Zwei Stück jeder. Okay, du fängst an. Ich fange an. Natürlich. Das ist verdammt schwer, gell? Da jetzt zwei herauszupicken, wo ich sage, die müssen es sein. Aber dann fange ich heute an mit Omni-Focus. Ich weiß gar nicht, ob es das auch für, wie heißen die, Android-User, für Android gibt. Omni-Focus. So. Erstmal, was macht das Teil? Omni-Focus ist eine absolut überteuerte To-Do-List, die aber ihren Preis allemal wert ist. Das Ganze kommt von der Omni-Group. Ich würde sagen, Links und so weiter, hauen wir dann alles unter den Podcast mit rein, oder? Ja. Also, das Omni-Focus für den Mac kostet 40 Euro. Ah, die App. So. Wenn ich jetzt noch wüsste, was das Ding für, wie heißen sie, für das iPhone und so weiter kostet. Das war aber auch nicht allzu ungünstig. Ich hau's mit in die Schaunotes dann unten rein. Auf jeden Fall, das ist so mit meine wichtigste App. Man kann sich verschiedene Projekte anlegen, kann zu jedem Projekt sich To-Dos anlegen, mit Fälligkeitsdatum, etc. Das Ganze synkt sich mit den iOS-Erinnerungen, wenn ich das gerne möchte. Das heißt, ich habe natürlich dann auch die Möglichkeit, dass ich Siri sage, Siri, erinnere mich an bla bla bla. Und schon habe ich das auch in meinem Omni-Focus mit drin. Ich kann teilen, ich kann mit anderen zusammen... Ja, es ist total überlastet, das Teil, aber dadurch auch schon wieder geil. Ja, also ich kann nicht ohne. Also ich nutze das privat, ich nutze das auf Arbeit. Ich habe verschiedene Ordner für verschiedene Projekte, wo sämtliche To-Dos drin liegen. Ich kann zu jedem To-Do, kann ich mir Dateien anhängen, etc. Ich würde sagen, schaut euch das Teil einfach mal an. Vielleicht ist es was für jemanden. Ich würde sagen, die zweite machst du und dann bin ich wieder dran. Ich suche gerade noch Kampfer. Ich wollte gerade sagen, da kann ich nämlich in der Zeit mir die zweite überlegen. Okay, ich gehe einfach davon aus, welche App ich im Moment am meisten nutze. Und da wir ja schon einmal beim Thema waren, komme ich wieder zurück auf Alexa, also auf den Echo. Und im Moment ist es einfach so, dass ich die Amazon Alexa-App am meisten nutze. Im Ernst? Ja. Ich habe da einmal reingeguckt zum Installieren, dann nie wieder. Echt? Ja. Also ich nutze wirklich viel. Also ich nutze zum Beispiel die Einkaufsliste. Ja, aus dieser App. Nutze ich zum Beispiel. Ja, okay. Dann nutze ich eine andere. Kommen wir später dazu. Ja, aber will ich eigentlich gar nicht, denn ich habe ja eigentlich alles in der App und ich brauche wieder nicht noch eine drauf zu hauen. So sehe ich es zumindest. Und auch die ganzen Sachen, Musik und Bücher etc. Ich finde das halt wirklich mit dieser App ganz gut gelöst. Du kannst halt deine Playliste nicht verwalten. Wie ist denn das mit dieser Einkaufs-App? Wenn du jetzt in die Kaufhalle fährst. Ist das noch Kaufhalle? Wie heißt denn das? Das ist ein Supermarkt, oder? Ich sage einfach Konsum. In den Konsum. In den Konsum. Wenn du in den Konsum fährst, um eine Schlager-Süß-Tafel zu kaufen. Gehst du dann praktisch in den Konsum rein, machst einmal so eine Alexa-App auf und sagst dann deinem Handy, okay, hake die Schlager-Süß-Tafel ab. Ich weiß es ja nicht. Machst du nicht, du setzt dann ein Häkchen, ist erledigt sozusagen. Okay, und das synkt sich, wenn du jetzt zu zweit einkaufen gehst? Ja. Ja. Das ist auch so, wenn jemand noch zu Hause ist und du bist schon einkaufen sozusagen und jemand sagt noch was, du hast das dann sofort auf dem Telefon. Also du hast das sofort in der Alexa-App, was ich auch sehr gut finde. Okay, weil ich nutze dafür die App Bring. Also Bring mir Bier mit, so ungefähr. Ja, die macht das ungefähr genauso. Du kannst dir da verschiedene Einkaufslisten erstellen in dem Teil. Was weiß ich, Büro, Wohnung, etc. Kannst da dann dir Sachen reintippen, die du einkaufen willst. Dann kannst du diese Liste teilen mit anderen Leuten und live, wenn der eine, was weiß ich, wenn man zu zweit einkaufen fährt. Ja, der eine geht in Laden A, der andere geht in Laden B und du siehst, wer gerade was jetzt schon von der Liste weggehakt hat. Ja, das macht Bring da auch so live. Und neuerdings gibt es auch ein Amazon-Skill dazu. Allerdings kann ich dann nicht einfach so sagen, wie hier Alexa, setze Milch auf meine Einkaufsliste, weil dann setzt sie natürlich auf ihre Liste. Sondern ich muss den Umweg gehen und muss sagen, Alexa, öffne, bring und dann setze Milch auf meine Einkaufsliste oder so. Ja, und das ist wieder, das finde ich auch noch ein Nachteil bei Alexa, wo wir wieder beim Thema sind, dass du halt die Skills zu Umständen starten musst jedes Mal. Ja. Das müssten sie auch noch mal etwas überdenken. Ich finde, das ist nicht flüssig, weil zum Beispiel, wenn ich jetzt meine Philips Zoo habe oder meine Tattoo-Heizung, muss ich Alexa nicht sagen, öffne Tattoo und stelle jetzt meine Heizung auf so und so viel Grad. Das weiß das Ding. Genau, und deswegen bin ich auch der Meinung, dass es alles einfacher gehen würde. Ja, ja. Aber ich denke mal, das stellt sich Amazon noch ein bisschen quer. Das stimmt. Möchte ich behaupten. Ja, man müsste halt dann wirklich dann sagen können, okay, Einkaufsliste, meine Standard-Einkaufsliste ist, und dann Haken setzen bei, was weiß ich, hier Amazon oder bei Bring und was es da noch so alles gibt. So wie es mit dem Kalender ist. Genau. Das Ding kann mir ja, ich kann dem Ding ja Termine diktieren und das Ding setzt das in meinen, was weiß ich, Google-Kalender oder sonst irgendwas. Und da kann ich ja sagen, welcher jetzt mein Standard-Kalender ist. Richtig. Und so müsste es halt auch mit den ganzen Apps gehen. Das wäre toll. Das wäre fantastisch. Aber wie gesagt, das Teil gibt es jetzt seit einem Monat offiziell? Jetzt ohne Einladung? Circa, ja. Circa, ja. Und ich denke mal, jetzt wird das dann, umso mehr Leute das Ding haben, umso mehr werden sie sich jetzt auch dransetzen und da sogenannte Skills schreiben. Tja, dann lass uns mal anfangen, wa? Was willst du für einen schreiben? Och, gar keinen. Ein Podcast-Skill. Das sage ich jetzt bestimmt nicht hier, was ich für einen schreiben will. Das ist die Idee weg. Ja. Korrekt. Weil das nichts mit Millionären wären hier. Also Facebook kommt und will da ein Skill abkaufen. Genau. So wird es dann kommen. Ein WhatsApp-Skill sozusagen. Genau. Was allerdings cool wäre, wenn Alexa dir auch Nachrichten vorlesen würde. Das wäre wirklich cool. Das wäre wirklich cool. Aber mit WhatsApp würde das nie gehen. Ja, das glaube ich auch nicht. So genug drüber gesprochen. Anderes Thema. Anderes Thema, ja. Ich bin dran mit der App, der nächsten. Achso, ich dachte, du hättest schon deine zweite vorgestellt. Du hast da prinzipiell schon wieder eine vorgestellt. Nein, 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 nein. Okay, da musst du drei machen und ich habe nur eine gemacht. Das finde ich auch. Nee, du bist doch nach mir dran. Dir fällt noch gerade keine nicht ein, jetzt willst du dich drücken. Genau. Ja, nix da. So, dann meine nächste App, die ich jeden Tag nutze. Eigentlich ist es ein Dienst. Keine App. Das Ganze nennt sich Feedly. Schon mal gehört? Nein. Nein. Also, Feedly ist eigentlich nix weiter wie ein RSS-Reader. Ich weiß, was das seht, ein RSS. 80er? Ja, voll 80er, oder? Soll ich nicht drauf. Total. Nein, also ohne RSS-Feeds würde ich nicht mehr zurechtkommen. Weil ich habe einfach nicht die Zeit und die Lust. Warte mal, wie viel habe ich denn eigentlich? Keine Ahnung. Ich habe genug, was weiß ich, dann da mal so 30, 40 Seiten mir anzugucken, um mir anzuschauen, was gibt es denn da Neues auf den Seiten an News. So habe ich eben Feedly, das ist ein RSS-Reader, der sammelt den ganzen Kram für mich, listet es mir ordentlich auf, nach Themen sortiert und ich kann mir das Ganze ganz bequem durchlesen, kann es abhaken, kann es speichern, weiterleiten. Das Ganze ist kostenlos, in der Grundversion, die mir auch vollkommen reicht, das ist die sogenannte Basic-Version, die ist gratis, kann ich allerdings nur bis zu 100 Quellen eintragen. Bis jetzt reicht das, also ich bin noch nicht an die 100 RSS-Feeds gekommen. So, dann gibt es natürlich noch eine Pro, die kostet natürlich auch 5,41 Dollar monatlich. Genau, und dann gibt es noch eine Team-Lizenz. Ich weiß nicht, wozu man sowas gemeinsam nutzen soll, aber okay. Die Pro hat halt noch ein paar Vorteile. Ich könnte automatische Abläufe über If This Then This machen, stellen wir später mal vor. Ich kann es ins Evernote schieben, ins OneNote schieben und solche Sachen. In der kostenlosen Version kann ich es nur auf Twitter, Printerest und Facebook teilen, wenn mir jetzt ein Feed gefällt. Aber sowas teile ich gar nicht, das ist für mich zum Lesen und fertig. Dir noch was eingefallen? Ehrlich gesagt, nein. Nein, okay. Also der Sächer, der hat nur ein Handy, um damit mit Alexa zu kommunizieren. Für was anderes braucht er so ein Smartphone nicht. Für was anderes nutze ich das nicht. Okay. Weil sonst hätte ich ja auch ein iPhone. Das stimmt. Für was anderes ist seins nicht zu gebrauchen. Nein, Quatsch. Also ich muss mal sagen, darf man das sagen, was du hast? Ja, klar, wir werden ja dafür bezahlt. Wir kriegen ja Unsummen dafür. Das stimmt, das stimmt. Deswegen brauche ich nicht mehr das Haus zu verlassen. Ja, Sächer nutzt ein Huawei P9? P9 Plus? Plus. P9 Plus? Okay. Ich finde das Teil gar nicht mal so hässlich, muss ich sagen. Also wenn das Teil ein ordentliches Betriebssystem drauf hätte, würde ich es mir auch zulegen. Ja, okay, oder? Nein, das Betriebssystem ist schon toll. Es ist wirklich kein schlechtes Telefon. Also es ist ja mein erstes. Vorher war ich ja bei Samsung. Aber dann wollte ich halt mal von Samsung weg und habe mal die Firma ausprobiert und muss sagen, bis jetzt bin ich auch echt begeistert. Am Anfang habe ich immer gesagt, okay, Preis-Leistungs-Verhältnis super, aber wenn ich mir jetzt langsam die Preisentwicklung bei Huawei angucke, zu viel nehmen die sich nicht mehr zu Samsung, oder? Und die nehmen sich eigentlich gar nichts mehr. Also das P9 Plus wollte ja auch in dieses Segment vorstoßen. Ist ja kein P8 oder P8 Lite, was es da alles gibt. Sondern es ist schon, ja, ich sag mal, obere Mittelklasse. Würde ich sagen. Ja, ja. Es gibt ja jetzt, jetzt haben die ja vor dieser Woche, letzte Woche, haben sie es ja P10 vorgestellt, ja? Ja. Weißt du schon, was, oder hast du dir da mal angeguckt, so ein technischer Datenvergleich zu deinem? Nein, soll man ja nicht machen, sonst will man das ja gleich haben. Ich dachte, du willst ein iPhone. Mal gucken. Nein, da habe ich mich noch nicht mit beschäftigt, denn das interessiert mich wirklich erst, wenn es auf dem Markt ist. Ja. Also dann gucke ich mir da so Spezifikationen an, um dann wirklich zu sehen, was kann es mehr wie das, was ich jetzt habe. Also so, was ich jetzt gehört habe oder gelesen habe, soll es ja jetzt den Prozessor vom Mate 9 nutzen, oder sogar eine neuere, den Kirin-Prozessor. Das soll auch die Kamera wie im Mate 9 nutzen. Das hatte ich jetzt übrigens ganz kurz für einen Tag, bevor ich es wieder verscheuert habe. Ich wollte es mir ja nochmal anschauen. Also ich muss sagen, super Handy, falsches Betriebssystem. Wie immer bei dir, ne? Ja, ja. Nein, also das Mate 9, das hat ja hier einen 4000 mAh Akku. Ich denke mal, damit würde man eine ganze Weile zurechtkommen. Ja, anderthalb Tage, zwei Tage. Ja, das ist schon, das ist eine Hausnummer, ja? Ja. Wenn ich da jetzt bei mir gerade schaue, was habe ich denn da, so, was haben wir hier? So, ich habe noch 59% und ich nutze mein Handy seit 12 Stunden und 5 Minuten, ohne es am Netz gehabt zu haben. Das ist natürlich heftig, ne? Na gut, ich meine, 24 Stunden würde ich dann demnach kommen. Ja. Aber wenn du es dann doch mal intensiver nutzt, warst du es auch, ne? Das stimmt, das stimmt. Ich muss dazu sagen, ich habe da heute auch Feedly noch nicht drauf benutzt. Das hatte ich heute am Rechner, meine News gelesen. Ja. Das ist halt das Display, das frisst. Das, 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 das Mate CR, das, 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 das P10, das hat auch ein OLED-Display, ne? Ich glaube, ja. Aha. Weil das Mate 9, das hat ja noch ein IPS-Panel, wenn ich das richtig gelesen habe. Ja. Das kostet natürlich auch verdammt Strom. Ich denke mal, wenn die da ein OLED genommen hätten, ja, dann würde das noch, noch extrem länger halten. Meinst du, das ist wirklich so extrem? Ich kann es mir mal nicht vorstellen. Ja, na guck mal, wenn du überlegst, dass bei einem OLED ja wirklich nur die Pixel, die eine Farbe haben, Strom kosten. Ja. Und schwarz kostet kein Strom. Ja, das stimmt schon. Ja, und bei einem LED oder so, oder IPS-Panel, habe ich ja eine komplette Beleuchtung da hinten, so eine Neonröhre, in Einführungsstriche. Ich weiß, was du meinst. Ja, das ist sehr gut. Wir verstehen uns. Aber Leistung kostet nun mal Strom. Das ist nun mal so. Ja. Das stimmt. Wie sind wir jetzt eigentlich auf das Huawei gekommen? Äh, indem du gesagt hast, was ich für ein Telefon habe. Stimmt, ich wollte es verraten. Ja, genau. Ja. Du wolltest mich outen als Huawei-Nutzer? Nein, eigentlich ist es gar kein outen. Und es gibt ja von Huawei noch diese, diese, ähm, wie soll man jetzt sagen, Discounter-Marke. Honor. Honor, gell, heißen die Dinger? Ja. Die sind auch nicht so übel. Weil ich habe so ein Ding schon in der Hand gehabt. Also selbst die Verarbeitung für den Preis. Ja. Nicht schlecht. Ja. Ich meine, ich kann da jetzt nicht den Super-Prozessor drin erwarten oder die Super-Kamera. Ja. Aber. Für den Preis geht's. Für den Preis ist das okay. Für den Preis hast du halt ein Handy. Genau, genau. Ich suche gerade echt, was meins für ein Display drin hat. Ich finde es gerade nicht. Hm. Was ich gefunden habe, dass es ein 3400 mAh Akku hat. So viel weiß ich jetzt schon mal. Hey. Wie lange hast du es schon? Oh, schon etwas länger. Ja. Ich komme immer noch nicht damit zurecht, dass du ein Smartphone für nur eine App nutzt. Nein, da sind schon ein paar mehr drauf, aber die stelle ich dann demnächst. Ja, also theoretisch würde dir dieses neue Nokia 3310 reichen. Sozusagen. Meinst du, das kauft einer? Also ich würde es kaufen. Allein nur, um es zu haben. Okay. Was soll das kosten? 75 Euro? Nee, ich glaube 45 Euro. Also 45, gell? Soll glaube ich mir nichts kosten. Genau, das ist halt nur, um es halt zu haben und jemanden daherzuwerfen oder so. Wobei ich auch so von älteren Kollegen oder sowas, die wirklich noch das ganz alte nutzen. Hm. Für die Leute wäre das natürlich was. Die Sachen, ich brauche ein Handy zum Telefonieren, mehr nicht. Hm. Okay, eine Vorbestellung ist zum Preis von 69 Euro möglich. Das sind 20 Euro mehr als von Nokia angekündigt. Oh. Schlecht. Naja, das sind die, die das jetzt ganz dringend unbedingt, die jetzt nicht leben können ohne das Teil. Ach nö, da warte ich immer noch. Das Ding hat einen sage und schreibe 1200 mAh Akku. Ja, aber der hält trotzdem. Vor allem den kannst du noch wechseln. Ja. Und du hast eine Standby-Zeit von 31 Tagen oder eine Gesprächszeit von über 22 Stunden. Naja, das ist dann für die vier Telefonieren. Die werden sich das dann als Zweitgerät zulegen, denke ich mal. Und du kannst Snake in Farbe drauf spielen. Na, das ist doch was. Allein das ist schon ein Kaufargument. Das stimmt. Wer möchte nicht gerne mal wieder Snake spielen? Ja. Also sehe ich zumindest so. Also ich finde es wie gesagt ein interessantes Gerät, obwohl ich nicht glaube, dass Nokia wieder damit zurückfinden wird in dem Markt. Mit dem Teil nicht, aber die hatten ja noch ein paar andere schöne Dinger vorgestellt. Ja, aber es sind halt Low-Budget-Handys alles, ne? Echt? Ja, also ja, sie sehen gut aus. Ich kann sagen, so sehen sie eigentlich gar nicht aus. Aber halt in der Oberklasse können sie damit nicht mitspielen. Ja, die haben es verpasst. Ja, definitiv. Eigentlich schade, aber naja, was willst du machen? Ja, sie waren mal die Marktführer, kann man eigentlich sagen. Ja, damals waren sie Marktführer. Ja. Aber dann sind sie halt ganz schnell verschwunden, ne? Anschluss verpasst und weg. Ja, ich meine, es ging ja nicht nur in Nokia so. Dann gibt es ja auch noch Blackberry. Ja, nicht nur Blackberry, Sony. Also damals noch Sony Ericsson, wo wir angefangen haben mit dem ganzen Mist. Ja, das stimmt. Ja, Sony. Aber die bringen noch ein bisschen was auf den Markt. Ich kenne zwar keinen einzigen, der sich einen Sony kauft. Ja. Oder jemals gekauft hat, aber sie bringen was auf den Markt. Ja, aber es ist halt kein Vergleich mehr zu früher. Mhm. Haben sie wenigstens noch Sachen rausgebracht. Womit Nokia vielleicht noch punkten könnte? Das wäre halt mit dieser Carl Zeiss-Optik, die die immer nutzen. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Also mein Huawei hat ja hier von Leica. Ja. Die Doppelkamera, also die ist wirklich gut. Da muss ich echt sagen, immer wieder begeistert, wenn ich mit der Bilder mache. Da könnten wir übrigens mal einen Vergleich machen. Das würde mich mal echt interessieren. Was zwischen iPhone und mein iPhone? Genau, mein iPhone 7 Plus. Ja, weil das ja auch diese Dual-Kamera hat. Nur eben anders. Ja. Weil so viel wie ich weiß, bei Huawei ist es ja so, dass die eine Kamera ist eine Farbkamera, und die andere ist eine reine Schwarz-Weiß-Kamera. Genau. Und softwaremäßig wird das Ganze dann so zusammengewurschtelt. Zusammengewurschtelt. Zusammengewurschtelt zu einem anständigen Foto. Richtig. Genau. Und Apple geht den Weg, du hast einmal, die eine Kamera hat einen Einfach-Zoom, und die zweite Kamera hat einen Zweifach-Zoom. Und dann wurstelt das die Software zusammen. Okay. Also dieselbe Hardware im Prinzip. Zwei Kameras, aber anders angewendet. Würde mich echt ein Unterschied mal interessieren. Können wir ja mal machen. Wenn schönes Wetter ist, geht das, glaube ich, am besten. Du, ich habe vorhin im Wetterbericht geguckt, für die nächsten 14 Tage vergiss es. Ah. Ja, gut. Wir haben ja Zeit. Ich habe ja meins noch ein bisschen. Also du deins wahrscheinlich nicht, aber... Ja, doch, doch. Ich habe jetzt wieder gelesen, dass das neue iPhone in Anführungsstriche 8, gar nicht 8 heißen soll, sondern iPhone Edition. Und es soll etwas später auf den Markt kommen, als das 7S und 7S Plus. Also ich hatte eigentlich mit dem September gerechnet, aber... Wird wohl nichts werden. Also habe ich es noch eine Weile. Oh. Ja. Bist aber enttäuscht. Aber sowas von. Du, du sagst es doch gerade hier, low budget, gell? Das Nokia 8, das soll für... 650 US-Dollar auf den Markt kommen. Ja, aber es ist ja dann... Ja, Mitte Klasse halt, ne? Ja. Knapp unter dem S8. Wobei das S8, da übertreiben sie es ja dann wahrscheinlich auch mit den Preisen. Samsung. Definitiv. Aha. Deswegen würde ich es mir nicht mehr holen. Das stimmt. Weil es einfach nur eine Frechheit ist. Mittlerweile. Ja. So. Ist dir noch irgendwas Sinnvolles eingefallen? Oder wir sind jetzt... Wie lange sind wir jetzt hier schon? Na, 50 Minuten gerade. 50 Minuten, ja. Weil du hast ja nur eine App auf dem Handy, deswegen auf den Thema brauchen wir nicht weiter rumzureiten. Ja. Ich habe gesehen auf dem Foto, was du mir heute geschickt hast, du hast auch ein Tablet. Hast du da auch nur die eine App drauf? Ja. Ja. Gut. Das glaubst du noch nicht. Das hatte ich eben auch in der Hand und habe halt mal geschaut. Hast du denn vielleicht noch Sinnvolles drauf? Wenn ich jetzt sage, da ist eine QVC-App installiert, wird das keiner wissen. Das konnte ich mir schon denken, weil ich weiß, wo du die Alexa herhast. Hättest du übrigens mal als Tipp für unsere Zuhörer aushauen können? Ich weiß gar nicht, ob es die noch gibt. Also, ich habe die von QVC bezogen. Für sage und schreibe 169 Euro. Das war aber ein Tagesangebot. Das war aber ein Tagesangebot. Deswegen kann ich euch gar nicht sagen, oder kann ich nicht sagen, ob es die noch gibt. Aber ich schaue jetzt gerade mal in der verrückten App nach und finde sie gar nicht mehr. Ausverkauft. Doch, hier ist Amazon Echo. Ja, jetzt kostet es 179 Euro. Korrekt. Was aber immer noch günstig ist, denn ihr kriegt ja einen Skin dazu, den ihr kostenlos bekommt für eure Echo und ihr kriegt noch zwei Hörbücher dazu. Kostenfrei. Nur als Tipp. Der Skin ist praktisch, wie bei dir, was ich gesehen habe, da diese Aufklatscher. Diese Aufkleber, ja. Man klebt das dann drauf. Kostet, glaube ich, normalerweise 25 oder 29 Euro. 22,90. Oder 22,90. Gibt es aber da kostenlos dazu und wie gesagt noch zwei Hörbücher. Genau, ein Audible-Gutschein für zwei kostenlose Hörbücher bis zu 50 Euro. Korrekt. Ich habe zwar kein einziges Hörbuch gefunden, was 25 Euro kostet, aber okay. Ja. Was weiß ich, das ist dann von, keine Ahnung hier. Wie heißt der Typ von Fluch der Karibik, der so einen Haufen Kohle kriegt? Johnny Depp. Genau, von dem gesprochen. Das könnte durchaus sein. Ich will aber keinen Schwein hören, glaube ich. Du wirst, wenn du das wieder Schauspieler heißt. Ja, klar. Hm. Ja. Haben wir noch ein Thema? Wenn dir noch was Sinnfreies einfällt? Was Sinnfreies fällt mir immer ein, aber ob das so konstruktiv ist. Das stimmt, das stimmt. Nein, ich würde sagen, wir können da auch langsam mal einen Schlussstrich ziehen. Das Beste ist, her mit den E-Mails, schreibt, was wir anders machen können, besser machen können, vielleicht ein bisschen strukturierter. Und finden tut ihr uns unter www.appaffen.de Zusammengeschrieben, ein Wort. Falls die Fragen kommen, groß oder klein geschrieben. Das ist wurscht bei einer Domain. Du wirst lachen, ich kriege solche Fragen ständig. Oder bei E-Mail-Adresse, groß oder klein geschrieben. Ja. Ja. Das Beste war von meiner Mutter, wo sie angefangen hat, das Internet zu nutzen. Ja. Der beste Spruch von ihr bei Google kann man suchen, das hast du mir auch nicht gesagt. Ja. Natürlich. Ja, echt mal. Aber Prinz de Biel, man setzt es voraus, dass man das weiß, gell. Aber wenn du nie was damit zu tun hattest, bist, naja. Das stimmt, das stimmt. Ja, war aber toll. Ja. So. Okay. Dann würde ich sagen, wir hören uns in 14 Tagen wieder. Hoffe ich mal. Und ich bin ja mal gespannt, ob wir da so ein bisschen Leserpost bekommen. Leserpost? Hörerpost. Wir hören uns ja, wir lesen uns nicht. Wir werden natürlich auch noch eine Leseversion von dem gesamten Podcast machen. Kein Thema. Du tippst das ab? Natürlich. Nein, aber so die groben Inhalte, die könnte man ja, also wenigstens die Themen dann da so drunter schreiben, oder? Könnten wir, ja. Also ein Thema weiß ich, das müssen wir dick unterstreichen. Er hat nur eine App. Genau, er hat nur. Übrigens noch ein Thema für die Folge 1. Ein Titel. Das Ein-App-Smartphone. Genau, das Ein-App-Smartphone. Das ist doch eine Idee. Ja? Oder er hat nur eine App. Er hat nur eine App, deswegen reicht ein Smartphone mit 5 MB Speicher. Korrekt. Irgend so was. Irgend so was, genau. Gut, dann würde ich sagen, wir beenden das Ganze für heute. Nur für heute. Nur für heute und hören uns vielleicht in 14 Tagen wieder. Wäre schön. Wir hören uns definitiv wieder. Ja, wir zwei ja, aber ob die anderen das noch einmal mitmachen. Das kann uns egal sein. Das muss ja keiner hören. Das stimmt, wir machen das ja für uns. Wenn wir uns schon privat nicht mehr unterhalten dürfen. Genau. Dann machen wir es halt hier. Dann wünsche ich einen schönen Abend, schönen Morgen, Mahlzeit. Kommt ja drauf an, wenn die Hörer das hören, gell? Ja. Gut. Ciao. 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 Ciao.